Das Trauerspiel der EU geht in die nächste Runde. Vielleicht könnte man auch von einem Trauerspiel der Aktienmärkte sprechen. Die haben in der letzten Woche ja sich nicht allzu viel bewegt. Man merkt, es ist doch ein bisschen Sommerloch. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin wieder da, um Sie mit völlig überflüssigen Kommentaren zu den Märkten zu nerven. Und wir starten mal mit dem nervigen Prozedere, das derzeit bei der EU passiert. Was ist eigentlich hier das Problem? Man geht jetzt in den vierten Verhandlungstag, nach dem man sich nicht hat einigen können. Und wir wissen ja, die EU hat eigentlich zwei zentrale Probleme. Das erste ist, dass man eine Gemeinschaftswährung hat, die in verschiedenen Währungsräumen funktionieren soll. Was leider nicht funktioniert. Aber nun hat man diesen Konstruktionsfehlern begangen. Jetzt ist die Frage, wie geht man weiter damit um? Und das Problem ist, dass dieser Umgang eben besonders schwierig ist, weil es das Prinzip der Einstimmigkeit gibt in der EU in zentralen Fragen. Zum Beispiel gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Bürgerrechte, EU-Mitgliedschaft. Hier muss also jeweils immer einstimmig entschieden werden. Und wir haben Beispiele aus der Geschichte, zum Beispiel aus der deutschen Geschichte, wo im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen auch lange Zeit das Prinzip der Einstimmigkeit bei den Wahlen der mächtigen Kurfürsten galt. Und man hat dann festgestellt, das führt zu nichts. Denn es ist dann für ein einzelnes Mitglied, ob jetzt der Kurfürst damals oder eben ein Land in der EU, jederzeit möglich irgendetwas zu blockieren, Sonderkonditionen herauszuhandeln. Und dann sehen wir eben solche Dinge wie derzeit, dass wir vier Verhandlungstage haben und es bewegt sich immer nur etwas nach vorne. Das ist natürlich eine echte Katastrophe. Aber eben auch Einstimmigkeit in Sachen EU-Finanzen. Und darum geht es derzeit. Es geht um die Verteilung dieser insgesamt 1,7, nicht 1,7, sondern 1,7 Billionen Euro. So muss es ja heißen. Aber hier zur Verteilung stehen 750 Milliarden Euro. Und die Grundfrage ist, wo soll das Geld denn hin und in welcher Form soll es vor allem hin? Sebastian Kurz, der österreichische Regierungschef, der zu einem der vier Länder gehört, die als die harten vier gelten oder die sparsamen vier. Im Englischen heißt es die Frugalistin, interessanterweise. Jedenfalls sagt Kurz, heutige Verhandlungen sind eigentlich ganz gut gelaufen, harte Verhandlungen. Aber mit dem Ergebnis kann man zufrieden sein. Diese vier Länder, ja, Schweden, Dänemark hat sich wohl verabschiedet aus dieser Konstellation. Vor allem Holland als Meinungsführer, könnte man sagen, und Österreich. Diese vier Länder hatten sich ja geweigert, hier weiter dem deutsch-französischen Vorschlag weiter entgegenzukommen. Ursprünglich sah es ja so aus, dass eigentlich 500 Milliarden direkt an Zuschüssen, wie es so schön heißt, gegeben werden sollten. Praktisch geschenktes Geld, könnte man sagen. Dann aber das Veto eben dieser sparsamen vier. Nein, wir müssen aufteilen in Zuschüsse, also praktisch in Geschenke und auf der anderen Seite in Kredite, die eben auch zurückgezahlt werden müssen. Und derzeit sieht es so aus, dass nach momentanen Verhandlungen stand, 390 Milliarden, nicht Billionen, sondern in dem Fall Milliarden als Zuschüsse gegeben werden soll. Also praktisch geschenktes Geld und der Rest, nämlich 360 als Kredite. Das ist sozusagen jetzt der Zankapfel und das Prinzip der Einstimmigkeit verhindert, dass man da wirklich schnelle Fortschritte macht. Ein einzelnes kleines Land kann sagen, nö, haben wir keine Lust drauf und schon ist alles blockiert. Grundsätzlich haben wir eine Spaltung in der EU zwischen Nord und Süd in der Frage, wie viel Geld soll gegeben werden, vor allem den Südländern. Die Nordländer sagen möglichst wenig, die Südländer sagen möglichst viel. Und wir haben eine Spaltung in West und Ost, wo man sagt, naja, wir müssen aber Prinzipien des demokratischen Regierens verankern. Der Westen sagt unbedingt, der Osten sagt auf gar keinen Fall, wir lassen uns da nicht reinreden. Das ist sozusagen das Kernproblem dieses Trauerspiels. Insgesamt jetzt will man heute dann um 16 Uhr die Verhandlungen fortsetzen. Es ist bis in die Nacht gegangen, bis heute früh gegangen. Jetzt wollen die Herrschaften mal ein bisschen schlafen. Es ist das Thema derzeit an den Aktienmärkten in Ermangelung anderer Themen. Das Sommerloch hat doch relativ stark zugeschlagen. Wir haben in der letzten Woche gesehen, dass die US-Berichtssaison angefangen hat mit Netflix. Was den Ausblick betrifft, durchaus enttäuschend. Jedenfalls ist vielleicht für die Seitwärtsbewegung an den Aktienmärkten verantwortlich die Fettbilanz. Und wir sehen, die stagniert so um und bei 7 Billionen Dollar. Und seit wir das hoch erreicht haben in der Fettbilanz, das ist ziemlich genau auch das Hoch im S&P 500 gewesen. Also an den Aktienmärkten gewesen am 8. Juni, wenn ich mich recht erinnere. Seitdem geht es irgendwie seitwärts. Es geht nicht vor und es geht nicht nachhaltig zurück. Die Märkte haben jetzt gewartet am Montag auf eben diesen EU-Gipfel. Und wir haben durchaus auch Aussagen der Fett, die ein bisschen kritischer sind, als zum Beispiel hier Qualls, der Vize-Chef der Fett, gesagt hat, naja, es gibt eine riesige Differenz zwischen den Fundamentaldaten und dem, was die Aktienmärkte eingepreist haben. Oh, das ist sogar der Fett inzwischen aufgefallen. Das könnte in schnellen und heftigen Repricings enden, so Qualls, also dass praktisch die Aktienmärkte eben die Fundamentaldaten dann wirklich verarbeiten. Die sehen derzeit so aus, dass wir die Anzahl der Bankrotter in den USA fast auf dem höchsten Stand haben seit der Lehman-Pleite. Wir sehen hier, diese blaue Linie zeigt die Anzahl der Bankrotter in den USA. Die ist nun noch ein Ticken geringer als auf dem Hochpunkt der Lehman-Krise. Aber wir sind, was das Volumen der Bankrotter betrifft, noch relativ weit entfernt von diesem Niveau. Gleichwohl sehen wir, dass eben diese Rallye getragen ist, vor allem von den Junk-Werten, von dem Dreck sozusagen. Denn es sind die Verlustbringer, die am besten performen, zum Beispiel im Russell 2000-Indexe. Da sind die Firmen, die Verluste schreiben, um 79% gestiegen, während die Profitmacher, also die Firmen, die wirklich rentabel sind, nur um 47% gestiegen sind. Das sagt doch ein bisschen etwas aus über diese Rallye. Und es sagt auch etwas aus über diese Rallye, dass die Insider, also die Firmen-Insider, diejenigen, die wissen, was da eigentlich los ist in den Firmen, dass die so stark verkaufen in Relation zu ihren Käufen wie noch nie in der Geschichte. Wir sehen hier diesen roten Graf, der hier steil nach oben geht. Also da ist sozusagen durchaus eine gewisse Verkaufsbereitschaft. Normalerweise der Juli gar kein so schlechter Monat. Auch das Ende des Julis historisch gesehen, saisonal gesehen nicht so schlecht. Wir werden sehen, wie jetzt dann die Berichtssaison weitergeht. Microsoft wird kommen, Tesla wird kommen in dieser Woche und derzeit natürlich auch das Thema Coronavirus in den USA. Nachdem selbst am Sonntag, glaube ich, normalerweise eine sehr geringe Zahl am Wochenende die Fallzahlen in den USA doch sehr, sehr hoch waren. Also man kriegt dieses Problem nicht in den Griff. Und das Problem ist eben, dass weitere Lockdowns drohen, zumindest regionale Lockdowns, dass viele Jobs wieder verloren gehen werden. Wir haben in der letzten Woche gesehen, dass die Continuing Claims nicht nach unten gehen und getragen wird. Neben den Junkwerten, neben dem Dreck sozusagen, der Technologiesektor trägt diese Rallye. Und wenn man in diesen Technologiesektor mal Facebook, Amazon und Netflix und Google integriert, dann haben wir jetzt eine Gewichtung von 37% im S&P 500 dieses Tech-Sektors. Und das, obwohl diese Firmen nur 10% der Umsätze machen. Also das ist doch ein erstaunliches Phänomen. Hatten wir zuletzt im März 2000. Aber schauen wir uns zunächst mal die Geschichte in den Charts an. Dann, was wir hier sehen, meine Damen und Herren, ist der S&P 500, respektive der Future darauf. Hier sehen wir in den Charts von Capital.com, da sehen wir, dass wir diese Seitwärtsbewegung haben. Es geht mal rauf, es geht mal runter. Im Grunde seit dem 15. Juli geht es nur noch seitwärts. Da ist die Range auch relativ schmal. Was wird der DAX aus dieser Geschichte machen? Der ist aktuell bei 12.926, hat die 13.000er Marke nicht wirklich geschafft. Hat mal kurz angeklopft an dieses Niveau. Wir sehen den Nasdaq 100, der Schwäche gezeigt hat. Wir sehen, dass hier dieser Abverkauf stattgefunden hat. Und dann ist nicht mehr viel passiert. Das heißt, wir haben jetzt eben die Situation, dass Tech nicht mehr die führende Rolle spielt, sondern tendenziell sogar schlechter läuft als der Dow Jones etwa. Das ist ein interessantes Phänomen. Schauen wir uns noch Euro-Dollar an, der jetzt ein bisschen high ist, weil es heißt, ja, wir werden da wahrscheinlich schon eine Lösung finden. 1,1465 aktuell, wir sehen Gold. Das handelte bei 1.810 und Crude Oil ist bei 40,43 Dollar nicht wahnsinnig viel verändert. Also, wir haben eine Seitwärtsbewegung an den Märkten. Jetzt bin ich mal gespannt, was heute von der EU dann kommt. Die Probleme sind klar, der große Wurf ist es so oder so nicht. Es ist eh schon viel länger verhandelt worden, als die größten Pessimisten gefürchtet hatten. Da hatte man gedacht, ja, vielleicht geht es bis Sonntag, aber dass jetzt am Montag weiter verhandelt werden muss, ist nicht gerade ein Ruhmissblatt der europäischen Geschichte. Und es wird also so ein, naja, ein mühsamer Prozess, der dann doch wieder mal einen recht faulen Kompromiss ergibt. Und ob der Euro damit weitergehend zufrieden sein wird, ist die Frage. JP Morgan hat jetzt gesagt, der Dollar wird in unseren Modellen jetzt ein Outperformer sein, nachdem der Dollar ja abverkauft wurde. Also, es könnte bald zu Ende sein mit der Euro Rallye. Es könnte vielleicht auch mit dem DAX ein bisschen schwieriger werden. Schauen wir mal, dann sehen wir weiter. Ich wünsche erstmal einen guten Start in diese Woche und sage Servus und Ciao. Und dann sehen wir mal, dann sehen wir mal.